Etwa ein Viertel des Energieverbrauchs geht zu Lasten der Haushalte und davon braucht man 70% nur um die Wohnungen warm zu halten. Natürlich könnte man ein Haus besser isolieren, neue Fenster anbringen oder kontrolliert lüften. Wer sein Haus isolieren will, kann das planen mit Hilfe des Tools Evalo. Evalo läuft auf jedem Browser und man kann dann Isolation anbringen, Dach isolieren, neue Fenster anbringen und so weiter. Evalo berechnet dann fortlaufend, wie viel Energieeinsparung das bringt und was das in etwa kostet. Zudem gibt es dann noch Links zu den Stellen, die Subventionen geben. Evalo ist aber jetzt nicht das Thema dieses Videos, sondern es geht darum zu verstehen, was Heizen eigentlich bedeutet, physikalisch. Zuerst muss ich einmal drei Begriffe klären. Wenn wir Wärme sagen, dann meinen wir nicht immer das Gleiche. Manchmal meinen wir damit die Temperatur, das heisst den Wärmegrad in Celsius, also zum Beispiel 30 Grad Celsius. Oder man kann das umrechnen in Kelvin. Zur Umrechnung muss man einfach zum Zahlenwert von Celsius 273 dazuzählen und dann bekommt man den Zahlenwert von Kelvin. Also wenn man 27 Grad Celsius hat, dann hat man 300 Kelvin. Wenn wir Wärme sagen im Sinne einer Menge, dann meinen wir hauptsächlich oder praktisch immer die Entropie. Die Entropie wird in Joule pro Kelvin gemessen. Die Entropie ist die eigentliche Wärmegrösse. Also wenn wir sagen, Wärme wird gespeichert, dann meinen wir die Entropie. Wenn wir sagen, Wärme wird transportiert, dann meinen wir in der Regel die Entropie. Und wenn wir sagen, Wärme wird erzeugt, dann meinen wir ganz sicher die Entropie. Denn die Entropie kann erzeugt werden. In der Schule lernt man aber, dass die Wärme Energie sei. Nun, das ist ein anderer Aspekt der Wärme. Die Energie ist die allgemeine Buchhaltungsgrösse der Physik und damit lässt sich gut rechnen. Aber das heisst noch lange nicht, dass die Energie dann das sei, was wir unter Wärme verstehen. Man kann jetzt heizen, indem man einen Brennstoff verbrennt. Und das kann man dann messen mit zwei Werten, dem Brennwert und dem Heizwert. In beiden Fällen geht es darum, wie viel Energie wird durch den Verbrennungsprozess freigesetzt. Beim Brennwert nimmt man dann das entstehende Wasser und lässt es wieder kondensieren. Dann hat man diese Energie und Entropie der Kondensation auch noch in der Rechnung drin. Der Heizwert wird dann so bestimmt, dass man das Wasser dann förmig am Schluss nimmt. Das heisst, das Wasser ist dann im gasförmigen Zustand. Ich habe den Heizwert dann umgerechnet in Kilowattstunden statt Megajoule. Wenn wir jetzt zum Beispiel 1200 Watt brauchen, um zu heizen, dann können wir mit einem Kilogramm Holz etwa 3,5 Stunden heizen. Wenn wir Heizöl nehmen, dann können wir mit einem Kilogramm, das ist ein bisschen mehr als ein Liter, können wir dann praktisch 10 Stunden heizen. Oder mit Methan können wir so 12 Stunden heizen. Wobei Methan eigentlich nicht in Kilogramm gemessen wird. Heizen müssen wir, weil dauernd Wärme rausgeht. Ich habe das hier symbolisch dargestellt. Das sind die Innenräume. Da habe ich ein bisschen eine hohe Temperatur angesetzt, nämlich 27 Grad Celsius. Die Umwelt sei minus 3 Grad Celsius warm. Das heisst, wir haben eine Temperaturdifferenz von 30 Grad oder 30 Kelvin. Und jetzt geht durch die Isolation des Hauses, also durch die Wände, durch die Fenster, durch das Dach, geht dauernd ein Energiestrom weg. Und wir sagen, das sind eben 1200 Watt. 1,2 Kilowatt. Das ist einfach eine Annahme, die ich treffe. Und jetzt können wir ausrechnen, wie viel Entropie weggeht. Das geht ganz einfach. Wir nehmen den Energiestrom, also diese Heiz- oder Kühlleistung hier, das was rausgeht pro Sekunde, nämlich 1200 Watt und dividieren durch 270 Kelvin. Dann bekommen wir einen Entropiestrom an die Umwelt von 4,44 Watt pro Kelvin. Diese Zahl sagt im Moment noch nichts aus, weil wir damit ja nicht vertraut sind. Jetzt können wir die gleiche Rechnung innen machen. 1200 Watt. Die Energie bleibt eben erhalten bei diesem Prozess. Und dividieren diese 1200 Watt durch die Innentemperatur von 300 Kelvin. Und dann bekommen wir 4 Watt pro Kelvin. Jetzt sehen wir, dass beim Hinausfließen der Wärme die Energie, wie gesagt, erhalten bleibt. Aber die Entropie nimmt zu. Und zwar um etwa 11 Prozent. Diese Zunahme ist der Grund, wieso diese Entropie nicht mehr zurückkommt. Wenn nämlich die Entropie zurückfließen würde, dann müsste sie ja abnehmen. Und das verbietet die Natur. Die Natur sagt uns, Entropie kann nur entstehen, aber nicht vernichtet werden. Dieser Unterschied sagt uns auch, wie viel Reibung da quasi im Spiel ist. Es ist schon Reibung im Spiel, aber nicht allzu viel. Soweit zum Wärmeaustritt an die Umgebung. Und jetzt können wir mit Heizen, also was ich vorher erzählt habe, mit Verbrennen, können wir hier einfach im Innern, sei es im Ofen, im Schminne oder im Ölofen, können wir Entropie erzeugen. Und zwar müssen wir dauernd so viel Entropie erzeugen, dass dann eben diese Bilanz aufgeht, dass eben die Entropie und Energie, die wir im Innern freisetzen, genau dem entspricht, was durch die Wand weggeht. Das ist eine relativ energieintensive Angelegenheit. Und jetzt gibt es andere Methoden, zum Beispiel die Wärmepumpe. Hier noch einmal das Schema des Austritts. Und jetzt das Schema der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe, die pumpt eben Entropie. Die holt die Entropie irgendwo im Grundwasser oder im Boden oder in der Luft. Und dann wird diese Entropie thermisch hinaufgepumpt. Ich nehme jetzt mal an, auf 320 Kelvin. Das heisst, die Entropie wird hinaufgepumpt auf 47 Grad Celsius. Wir brauchen weiterhin einen Energiestrom von 1200 Watt, damit die Energiebilanz erfüllt ist. Jetzt können wir herausrechnen, wie viel Entropie wir hier brauchen. Das heisst, wie viel Entropie zur Wärmepumpe rauskommt. Also wieder 1200 Watt durch 320 Kelvin. Das gibt 3,75 Watt pro Kelvin. Man sieht, das ist ein bisschen weniger, als hier rausgeht. Das kommt daher, dass die Entropie hier thermisch hinunterfällt und sich dabei noch vermehrt. Und jetzt müssen wir diesen Entropiestrom hinaufpumpen. Und die Energie, die wir dazu benötigen, ist Pumphöhe. Das ist von 260 Kelvin auf 320 Kelvin. Das sind 60 Kelvin mal Entropiestromstärke von 3,75 Watt pro Kelvin. Nun 60 mal 3,75, das sind 225 Watt. Wir brauchen also bei dieser idealen Wärmepumpe nur 225 Watt, um einen Verlust von 1200 Watt wettzumachen. Aber die Rechnung geht eben nicht über die Energie, sondern über die Entropie. Und wenn hier 1200 Watt weggehen, hier werden vom elektrischen Netz 225 Watt zugeführt, dann kommt von der Umwelt ein Energiestrom von 975 Watt. Das können wir natürlich auch direkt rechnen. Wir können diesen Entropiestrom von 3,75 Watt pro Kelvin mal die untere Temperatur von 260 Kelvin rechnen. Dann bekommen wir ebenfalls diesen Energiestrom. Wir haben also in der Wärmepumpe einen Durchfluss von Entropie und einen Knoten von Energieströmen. Also Energiestrom aus der Umgebung, Energiestrom vom elektrischen Netz und hier die Heizenergie. Eine andere Methode ist die Wärmekraftkopplung. Hier wieder das Schema der Isolation, also das, was ich schon besprochen habe. Und jetzt kommt die Wärmekraftmaschine dazu. Da produzieren wir jetzt Entropie, wieder mit einem Brennstoff, also zum Beispiel Gas, Dieselöl oder irgendetwas anderes, produzieren wir Entropie auf hohem thermischem Niveau. Und dann fliesst die Entropie durch die Wärmekraftmaschine hindurch, den Berg hinunter. Und zwar so, dass das kontrolliert ist. Im Idealfall können wir sagen, dass da immer noch 1200 Watt Abwärme rauskommen muss. Ich habe jetzt mal 600 Grad Abgas-Temperatur angenommen. Das sind dann 900 Kelvin. Es kommen also immer noch diese 1200 Watt raus. Das ist jetzt aber einfach Abwärme, die ich benutzen kann zum Heizen, die dann wieder rausgeht. Und dann kann ich ausrechnen, wenn ich hier 1200 Watt brauche, wie stark der Entropiestrom ist. Und der ist dann 1200 Watt durch 900 Kelvin. Das gibt 1,33 Watt pro Kelvin. Dieser Entropiestrom ist nun massiv kleiner als dieser Entropiestrom. Das hängt damit zusammen, dass die Temperatur beim Austritt oder Eintritt in die Wohnung quasi immer noch viel höher ist als die Temperatur der Wohnung selber. Hier könnte man nochmals eine Maschine betreiben und nochmals Energie gewinnen. Aber so weit sind wir technisch noch nicht. Nun können wir also sagen, 1,33 Watt pro Kelvin fallen durch die Maschine hindurch und treiben diese. Dann können wir die Leistung rechnen, die freigesetzt wird und die wir jetzt ans elektrische Netz abgeben können. Das sind 1,33 Watt pro Kelvin mal die Differenz. Das sind 1200 minus 900, also 300 Kelvin. Das gibt also eine Prozessleistung, die wir ins elektrische Netz einspeisen können, von 400 Watt. Dafür müssen wir natürlich dann mit 1600 Watt heizen, denn die Energie, die wir hier freisetzen, zusammen mit 1,33 Watt pro Kelvin Entropie, die wir da oben erzeugen, die wird dann aufgeteilt in Energie ans elektrische Netz und Heizenergie. Jetzt könnte man noch einen Schritt weiter gehen und diese Prozessleistung nehmen und damit eine Wärmepumpe treiben. Und dann könnte man den Brennstoff viel, viel effizienter einsetzen. Was ich jetzt erzählt habe in ein paar Minuten, das könnte man doch in der Sekundarschule in ein paar Stunden den Schülerinnen und Schülern erzählen. Und die würden das begreifen mit diesem Wasserfallbild. Man müsste einfach sagen, dass Entropie eigentlich ein ganz einfacher Begriff ist, dass die Entropie eigentlich das meint, was alle Leute schon unter Wärmemenge verstehen. Dazu braucht es aber zwei Voraussetzungen. Zuerst müssen mal die Lehrerinnen und Lehrer natürlich dieses Schema begreifen. Man müsste sie also weiterbilden. Und zweitens, die Politik müsste ein Interesse daran haben, dass die Leute, die sie wählen, intelligent sind. Und dann wird es auch ein Interesse daran verwendet.